Wo bleibt denn der? Wo bleibt denn die Schlange? Gatir! Ich kann mich nicht entscheiden! So Freunde der Nacht, es ist wieder soweit. Charity on Tour. Wir geben heute wieder Gas. Dieses Mal geht's nach Tschechien, um genau zu sein nach Ditschien. Boat Party. The DLV ist mit am Start. Tobacco ist mit am Start. Deko ist am Start. Es ist ein Haufen Leute am Start. Jede Stunde eine andere DJ. Wir geben dickes Gewamze. Dickes Gewamze. Auf jeden Fall, die Gang ist mit am Start. Morgen geht's zu Sexy Nights. Aber lasst uns den heutigen Abend erst mal broken. Little Begins Michael Das war's. Das war's. Boat Party, Boat Party, mega. Das war richtig fett. Ihr habt's richtig krachen lassen. Und ich, oh, meine Stimme ist weg. In ein paar Stunden geht's zu Sexy Nights. Thomas, ich freu mich. Ich freu mich. Ring, ding, 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 ding. Ein Mega-Abend gestern gewesen in den Schienen. Sehr, sehr nice. Dicke Gruß nochmal an die DLV und ein Gruß an Deko und Tabako. So, heute geht's weiter mit Thomas, mit Kataloko bei Sexy Nights, der Halloween Edition im Lauset Center. Die größte Halloween Party Sachsens. Die ist sogar so groß, dass die Halloween im November feiern. Es wird mega werden. Es wird richtig mega. Es wird gebounced. Und jetzt kommt der Knaller. Wir laufen los. Und jetzt kommt der Knaller. Und jetzt kommt der Knaller. Da, da, da. Da, 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 da. Da, da, da. Vielen Dank.